Wir sind heute hier, weil wir im Rahmen unseres 300-jährigen Schuljubiläums das große ehemalige Treffen feiern und man hört schon im Hintergrund, es sind auch jetzt nachmittags schon ganz ganz viele ehemalige da. Sie können sich ihre alten Fotos angucken, wir haben eine Ausstellung zur Geschichte des Antonianus, wir haben ein Bühnenprogramm in der Europahalle mit verschiedenen Ensembles in unserer Schule, Altblech, Neublech, Fanger for Blue, das können Sie sich ansehen, Sie können immer in erster Linie auch ganz einfach Gespräche führen, Sie können auch geführt werden, wir haben hier Führungen durch unsere Schule und natürlich Essen und Trinken, Speisen und Trank ist natürlich hier auch vorhanden, aber in erster Linie sollen Sie sich unterhalten, sollen sie sich freuen, dass sie sich wiedersehen und mit den alten Lehrern, ehemaligen Lehrern, aber auch mit ihren Klassenkameraden oder Jahrgangskameraden sprechen. Also, ich freue mich um das wieder... Aber natürlich haben sich das eine Akkorde, die eine Akkorde, die eine Ausstellung langekorde werden, die eine Akkorde, die eine Realität unbedingt machen kann, aber So, ich würde mich anscheinend zusammen mit, also, wir haben es aber vielleicht nicht gerade für einen stabilen geworden. Aber erst einmal bin ich nicht, dass die Akkorde dann im Hintergrund kamen und die die Akkorde das so ein bisschen weitergeführt, sondern dann bin ich am Ende auch immer noch in der Zeit, in der Zeit, woanders, wenn wir noch nicht da, woanders, weil wir nicht eben, dass die Akkorde immer wieder draußen sind, Vielen Dank.